Viele von euch haben gesehen, ich habe das Video mit diesen RAM-Sticks hier gemacht. Kann die Kamera das eigentlich fokussieren? Schön, 4000 MHz C18. Ja, schön mit Fingerabdrücken drauf, so kennt man das. Auf jeden Fall, diese RAM-Kits, das sind so die besten RAM-Kits, also 4000 MHz ist das Beste, was ihr für Zen 3 aka Ryzen 5000 verwenden könnt. Ihr könnt jetzt diesen FCLK, also den Infinity Fabric Clock, den könnt ihr auf 2000 MHz stellen. Bei Zen 3. Vorher war es immer 1800 MHz, das war immer so die magische Grenze, da hat man gesagt, ey, bei Ryzen nicht besser als, oder nicht höher als 3600 MHz, hat man immer gesagt, dieses Limit ist jetzt angehoben für Zen 3. Da könnt ihr bis zu 4000 MHz auf den RAM gehen. Und bei mir war das im Video leider so, dass da das noch nicht alles richtig eingestellt war. Ich hatte ein Early BIOS, da hat es manchmal nicht so gut funktioniert, jetzt zeige ich euch das aber mal noch kurz. Und zwar habe ich das vorhin noch mal kurz aufgenommen, einfach kurz mit meiner Kamera. So, da seht ihr jetzt links Hardware Info, das habe ich noch kurz aufgenommen. Da seht ihr jetzt rechts im CPU-Set eben Uncore Frequency 2000 MHz. Ihr seht, es ist ein 4000er C18 Kit. Und wenn ich jetzt mal, also seht ihr auch, das ist der 559 X und da seht ihr in Hardware Info auch noch mal Infinity Fabric Clock mit 2000 MHz. Ich wollte euch jetzt nur noch mal zeigen, das funktioniert. Es ist natürlich sowohl Arbeitsspeicher als auch CPU als auch border-abhängig. Also das ist dann natürlich immer die Frage, ob eure Kombination das letztendlich kann. Wenn ihr die beste CPU-Memory und Mainboard-Konfiguration habt, dann geht das ja. Ja, so genau, ich wollte euch noch einen laufenden Cinebench Run zeigen, dass es eben auch wirklich funktioniert unter Last und nicht nur einfach so, weil einfach nur booten, das kann man wahrscheinlich meistens immer. Aber jetzt seht ihr hier noch mal eine Aufnahme, das ist jetzt R20 einfach kurz stockt, da habe ich nichts groß an der CPU geändert. Und da seht ihr auch Infinity Fabric Clock jetzt mit 2000 MHz am Laufen. Wie gesagt, das ist einfach nur CPU drauf, XMP-Profil geladen, FCLK auf 2 GHz gestellt und sonst ist da nichts gemacht. Das heißt, das Score ist jetzt auch nicht irgendwie besonders gut. Keine Ahnung, ja, 10.400, also alles wie einigermaßen erwartet. Nur, dass ihr seht, dass das Ganze funktioniert. Spielt der RAM-Takt beim Gaming eine große Rolle, schreibt GeForce Nacho? Naja, das ist natürlich so, ab einem gewissen Level hilft es nicht mehr so viel. Also wenn du jetzt natürlich irgendwie 2666er RAM hast oder sowas, dann bist du schon irgendwo limitiert. Aber ich sag mal, wenn du jetzt 3400, 3600 hast, dann ist das schon eine solide Basis. Und zwischen 3600 und 4000, der Unterschied, wird schon sehr, sehr schwer festzustellen sein. Wird es eine dynamische OC für andere Asus-Boards geben oder ist es dem Dark vorbehalten? Und soweit ich weiß, ist es dem Dark vorbehalten. Das sind die Informationen, die ich gerade dazu habe. Ob Asus das später irgendwo anders noch implementiert in anderen BIOS, das kann ich euch so spontan gar nicht sagen. Also dieses, nochmal kurz zu diesem Fabric-Speed. Ich glaube, die meisten von euch werden es wissen, aber ich habe es ein paar Mal im Chat gesehen. Wir haben hier die CPU in der Mitte. Die CPU besteht aus dem IO-Dye und diesen zwei CCDs, jeweils acht Kerne. Und die Verbindung zwischen den Kernen, also diesen CPU-Dyes mit jeweils acht Kernen und dem IO-Dye, das ist eben der Infinity Fabric-Link. Und im Idealfall sollte er eben die gleiche Geschwindigkeit haben wie der Memory-Bus. Also eins zu eins sagt man dazu, linked. Wenn das linked ist, ist es die beste Performance. Man kann ja auch unlinked machen. Man kann ja auch auf den Ryzen-CPUs 5000 MHz und sowas machen. Dann läuft es aber unlinked und dann hat man da einen relativ großen Delay drin, also eine große Latency. Deswegen wird es nicht empfohlen. Man sollte das immer linked machen für die beste Performance. Und diese Verbindung ist jetzt eben besser als bei Ryzen 2, äh, Zen 2, genau, Zen 2. Das war in einer offiziellen AMD-Präsentation, weil ich oft darauf hingewiesen werde, Roman, du empfiehlst so hohe Spannungen bei Ryzen-Overclocking, bla bla bla, ja. Ich persönlich muss dazu immer sagen, wer zu mir sagt, ich verwende nur eine Spannung bis X, weil ich das so will, dann ist das für mich okay. Wenn mir jemand eine vernünftige Begründung liefern kann, warum er eine Spannung für sich verwendet, dann soll er das ja tun. Aber wenn ich Empfehlungen im Internet sehe wie, ne, bei 7 Nanometer CPU ist maximal 1,25 Volt. Warum? Also was ist der technische Hintergrund? Genau, das ist immer so ein Punkt. Es gibt immer Leute, die empfehlen Spannungen, haben aber gar keinen Hintergrund, diese Spannung zu empfehlen, sondern es ist einfach nur so ein Bauchgefühl oder sowas. Aber eine CPU ist halt kein Bauchgefühl, das ist ein technischer Artikel und eine CPU hat keine Gefühle und denkt sich, oh, shit, jetzt 1,35 Volt, da fühle ich mich heute aber schlecht, da habe ich jetzt gar keine Lust mehr, sondern so funktioniert das halt nicht. Das ist halt ein technischer Artikel und wenn du jetzt nicht gerade AMD bist und mir da irgendwie was empfiehlst, dann interessiert mich das eigentlich relativ wenig. Also wer für sich definiert, okay, ich möchte gerne nicht über ein gewisses Level rausgehen, das ist für mich okay, aber rein technisch gesehen, meistens sind die Empfehlungen im Netz ziemlicher Bullshit. Okay, Factory Voltage Range, interessant, 0,2 Volt bis 1,5 Volt. The processor is safe managers to this range, no user invention required. Das bedeutet, die CPU hält sich in der Regel zwischen 0,2 und 1,5 Volt auf und hier steht auch no overclocking, no undervolting, 100% stock operation. Da seht ihr, Stock ist natürlich auch lastabhängig, damit auch temperaturabhängig, aber ihr seht, das ist das, was AMD sagt, 0,2 bis 1,5 Volt und wenn dann wieder Leute rumheulen, dass 1,35 Volt zu viel sind, dann ja, alles klar, was soll ich dazu sagen. Hier seht ihr übrigens unterschiedliche Anwendungsfälle, das finde ich relativ interessant. Zum Beispiel Desktop Idle 0,9 bis 1,2 Volt, gibt absolut Sinn, weil wenig Leistungsaufnahme, wenig Takt, klar, dementsprechend wenig Spannung. Max Boost 1,45 bis 1,5 Volt, das ist natürlich dem geschuldet, dass wir hier eine Architektur haben, die relativ viel Spannung braucht für Taktraten wie 4,8, 4,9 oder 5 GHz. Ich finde die Taktraten ja absolut geil, wirklich krass, was Ryzen 5000 da raushaut. Dafür braucht man aber entsprechend auch eine Spannung und es ist eben auch nicht schlimm, weil AMD weiß, die wissen ja, was sie da tun. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Ingenieure, die da sitzen, die CPUs entwickeln, das besser einschätzen können als irgendwelche Keyboard Warrior da draußen, die sich denken, alles klar, ich möchte aber gerne nur 1,35 Volt, weil da steht 7 Nanometer drauf. So, NT Boost 1,35 Volt, okay, das gibt für mich auch Sinn, wenn man jetzt einen 16-Kerner hat und der hat dann relativ hohe Auslastung und dementsprechend hohe Power Density, also ist ja relativ viel Leistung auf so einem kleinen Raum. Dementsprechend 1,35 Volt für einen 16-Kerner zum Beispiel bei 100% Last, absolut okay. Und Gaming, dann steht hier 1 bis 1,5 Volt eben logischerweise wieder, weil dann der Boost zum Einsatz kommen kann. Power Management Summary, da steht nochmal, Voltages, 0,2 bis 1,5 Volt ist the normal range of voltages the processor will automatically use in stock operation. Ja, genau. So lasse ich das stehen. Ansonsten, das was da steht, also es gibt bei Ryzen natürlich unfassbar gute Power Saving Features, das habe ich vor, ich glaube über einem Jahr schon mal gezeigt bei Zen 2. Da gab es das auch schon, es gibt jetzt ein Ultra Low Power Saving Mode, dass quasi Kerne wirklich 0 Volt haben oder 0,2 Volt und dann eben so gut wie keine Leistungsaufnahme mehr haben. Das ist ja schon bekannt, das ist nichts Neues. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal weg. Genau, und hier nochmal, das haben wir vorhin eben schon angesprochen, Infinity Fabric Lock, FCLK, früher, hier steht das nochmal unten, Memory Fabric, at the biggest, bla 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 bla. DDR4 4000 ist für Ryzen 5000 das, was bei Ryzen 3000 die 3800 Megahertz waren. Nochmal zusammengefasst.